Ich habe ihn geschlagen. Aber ich habe ihn noch nicht erschossen. Sondern? Ich habe ihn geurfeigt. Mit dem Handschuh. Sie müssen wissen, mein Mann liebt diese alten Umgangsformen. Jetzt sei endlich Stingel. Warum denn? Worum ging es bei dem Streit? Es ging eigentlich nur um meine Kleinigkeit, die sich dann aufgeschaukelt hat. Handelt es sich bei dieser Kleinigkeit etwa um Monika Holzers Schwangerschaft? Was? Monika ist schwanger? Ja. Mit einem Kuckuckskind. Dieser kleine Kette. nazistisch. Und du, dass Menschen sich diese ganze Weile auf dem Szenen voulais. Und das ist hier, wenn der eine Lewis-Munisch-Leute aufgespft und zum Beispiel erneutert alles. Wie ist das? Von Falt war, was bei der Kette. Das war voll, dass man nicht um eher ein wenig dringısmpfunden hat. Wie ist das? Das war-ein Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017